Die Juwelen von dem letzten Diebstahl, von ihrem Geliebten, Alejandro Cuerta, die sind plötzlich verschwunden. Aber Sie wussten, dass Sie sie hier in diesem Haus versteckt haben. Wollen Sie mich erschießen? Er war zu fragen. Ich habe selbst das Ritter erfahren. Ohne mich da auch nur am geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, na gehst du. Da gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Ich weiß ja nicht, wo der... Ach hier übrigens, das ist Kalle. Da ist er ja. Mensch, es tut mir leid. Alles ist nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen, wird alles wieder gut. Ich wollte das nicht. Es ist ein Ort. Wirklich, ich wollte das nicht. 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 Es wird das nicht.